Also die Medien, das habe ich aber gesagt. Sie haben einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der von öffentlichen Geldern bezahlt wird und der ein Regierungsfunk ist. Fertig. Sie haben keine kritische Berichterstattung mehr. Und da muss man sich keine ominöse große Macht vorstellen, sondern das sind ganz einfach monetäre Anreize. So, Sie müssen sich immer die Frage stellen, Sie wissen das natürlich, Herr Reinhardt, aber man muss sich immer grundsätzlich die Frage stellen, wer zahlt wen? Und dann wissen Sie eigentlich, wie die Interessen sind. Wobei die privaten Medien ja auch mitmachen und die werden eben nicht über die Gebühren, über die GEZ bezahlt. Was sich viele Menschen schwer erklären können, ist, dass alle mitmachen, alle Institutionen. Staatsanwaltschaft, Richter, selbst Anwälte. Dass die FDP so umgefallen ist bei der Impfpflicht. Die FDP, die immer für Freiheit angeblich stand, hat zugestimmt, dass bestimmte Personengruppen sich impfen lassen müssen. Das ist ja unfassbar. So, und dann gibt es ja diese Verschwörungstheorie, dass viele der Meinung sind, dass die Politiker, die im Bundestag sitzen, ich will Ihnen jetzt nicht zu nahe treten, aber die Regierungsmitglieder gar nichts zu sagen haben, sondern dass die Entscheidungen, die abgesegnet werden, ja vom Hintergrund bestimmt werden von mächtigen Menschen aus Industrie und Wirtschaft, die die Politiker eingekauft haben, genauso wie die Presse eingekauft wurde. Was ist an dieser Verschwörungstheorie Ihrer Meinung nach dran? Also, jetzt, dass Politiker eingekauft wurden von Unternehmen. Von welchen Unternehmen ist hier die Rede? Das verstehe ich nicht ganz. Also, dass grundsätzlich die Politiker, die im Bundestag sitzen, zum Beispiel von der Pharma-Lobby eingekauft wurden, dass Karl Lauterbach einfach mehr oder weniger ein Pharma-Referent ist, genauso wie auch, wie hieß er noch, Jens Spahn, halt für die Pharma-Industrie, für diese Industrien arbeiten. Ja gut, also, dass das Lobbyisten sind, ist ja gar keine Verschwörungstheorie, sondern das ist ja nun mal Fakt. So, und natürlich ist das Anreizsystem im politischen System Deutschlands völlig falsch gesetzt, weil die amtierenden Politiker immer den Anreiz haben, immer weiter ihre Verdienstmöglichkeiten auszuweiten. Und das öffnet Tür und Tor für Lobbyismus und Korruption. Das ist nun mal so, weil das Anreizsystem so ist. Das führt natürlich auch dazu, dass tendenziell das PETA-Prinzip vorherrscht, also dass sie immer, dass sie eine negative Auslese im Parlament auch haben, von Leuten mit abgebrochenem Studium, mit keiner Berufserfahrung, also die einfach auch auf dem Feld der freien Wirtschaft überhaupt nicht wettbewerbsfähig wären. Und die haben sie natürlich hier. Also ich bin teilweise schockiert über die Lebensläufe dieser Menschen hier. Ich bin ja gerade in Berlin, die den Ordnungsrahmen für den Mittelstand, Mittelschichten für unsere Industrie setzen. Aber wo wir gerade bei dem Thema sind, ich hätte mir bis jetzt also deutlich mehr Kontra von den großen Unternehmen gewünscht gegen diese irrsinnige Energiepolitik. Und stattdessen lässt man das alles so durchlaufen. Man muckt nicht auf. Man hat sich nie in irgendeiner Form öffentlich bekannt. Hey, also diese Energiepolitik, diese sogenannte Energiewende, die führt ins Nichts, die führt uns in den Abgrund. Wir können von der Industrie mit Flatterstrom überhaupt diesen Start, diesen Industriestaat betreiben. Und wir setzen uns international ins Abseits, weil wir nicht mehr wettbewerbsfähig sind. Und so. Und da habe ich nicht ein Wort gehört. Also für mich ist es ganz, ganz komisch, dass die Industrie da mehrheitlich wirklich auch kuscht. Und dann fragt man sich ja, woran liegt denn das? Weil die Leute einem Pranger gestellt werden von einer komplett grün-linken Medienlandschaft. Das spielt natürlich auch eine Rolle. Sie laufen als Unternehmer heutzutage extrem stark ins Risiko rein, weil sie auch korrumpierte Medien haben. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist ein Regierungsfunk. Normalerweise haben sie die Medien als vierte Kraft in der Demokratie, die für Transparenz und Aufklärung sorgen. Also eben auch kritische Fragen stellen und die Regierung hinterfragen. Das findet ja in Deutschland schon seit Jahren nicht mehr statt. Und ja, die Politikfehler, die auch gemacht wurden hinsichtlich des Verbots des Verbrennermotors, das muss man sich mal vorstellen. Mit dem E-Auto wird eine Technologie gefördert, staatlich, mit Subventionen, die überhaupt erstmal nicht wettbewerbsfähig ist, also wäre ohne Subventionen. Und jetzt kommt ja die Krux an der gesamten Geschichte, die ja nur eine Wertschöpfungstiefe zu einem hochkomplexen Verbrennungsmotor hat, vielleicht von weniger als 10 Prozent. Sie müssen da ja nur eine Batterie verschrauben und nicht mehr einen komplexen Motor. Da fallen die ganzen Arbeitsplätze weg. Was man damit aus der EU heraus gemacht hat, ist den Standort, den Industriestandort Deutschland und unsere Schlüsselindustrie, nämlich die Automobilbranche, zu schwächen und zu zerstören. Und auch da hätte ich mir gewünscht, dass da die deutschen Autobauer einfach gesagt hätten, Leute, so geht es nicht. Es ist keine vernünftige Technologie, es ist lediglich eine Batterie. Wir verlieren hier Arbeitsplätze. Es ist nicht nachhaltig. Ich glaube, diese Technologie, die wird überhaupt nicht Bestand haben. Spätestens dann, wenn die Leute, wenn die Staaten kein Geld mehr haben, um die Subvention zu zahlen. Und dann letztendlich, wo soll denn eigentlich der zusätzliche Strom herkommen bei dem Energieproblem, was wir eh schon haben? Also Sie merken auch hier, also dieses Zusammenspiel zwischen Medien, der Regierung, auch von internationalen Institutionen und dann dem Kuschen der Industrie, die nicht den Mund aufgemacht hat. Das ist eine sehr unheilvolle Kombination. Also nochmal, Sie meinen also, es gibt keine Macht im Hintergrund, die man jetzt gar nicht so sieht, die diese ganzen Geschichten steuern, wie die Presse. Also es ist ja unglaublich, wie schnell Dinge aus der Presse verschwinden. Über die Sprengung der Pipelines spricht kein Mensch mehr. Dass das 14-jährige Mädchen erstochen wurde und das andere Mädchen als schwer verletzt wurde, das war ein, zwei Tage in den Medien. Und dann wurde es direkt abgelöst von dieser Reichsbürger-Geschichte, von dieser Razzia. Also da möchte ich nochmal ganz klares Statement haben. Glauben Sie, dass da irgendeine Macht im Hintergrund ist, die das lenkt oder gibt es die nicht? Also die Medien, das habe ich aber gesagt. Also sie haben einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der von öffentlichen Geldern bezahlt wird und der ein Regierungsfunk ist. Fertig. Sie haben keine kritische Berichterstattung mehr. Und da muss man sich keine ominöse große Macht vorstellen, sondern das sind ganz einfach monetäre Anreize. So, Sie müssen sich immer die Frage stellen, Sie wissen das natürlich, Herr Reinhardt, aber man muss sich immer grundsätzlich die Frage stellen, wer zahlt wen? Und dann wissen Sie eigentlich, wie die Interessen sind. Wobei die privaten Medien ja auch mitmachen und die werden eben nicht über die Gebühren, über die GEZ bezahlt, sondern die finanzieren sich über Werbeeinnahmen. Und die machen doch genauso mit, ob man RTL anguckt, ob man Sat.1 anguckt und diese ganzen Sender. Ja gut, da müssen Sie sich, genau, aber da muss man sich einfach die internationalen Beteiligungsstrukturen auch anschauen. Also Sie haben ja auch Verlagshäuser, die auch Beteiligungen haben und da müssen Sie schauen, wer die Hauptaktionäre sind. Da, wo das Geld ist, spielt die Musik. Ja, Geld. Das ist so. Das ist klar. Geld ist Macht, nicht mehr und nicht weniger. Richtig. Jetzt mal eine Frage zu den Talkshows. Man spricht ja ganz, ganz viel über sie gerade und auch Sarah Wagenknecht, ganz ähnlich. Zwei starke Frauen in Deutschland, die den Mund aufmachen. Und auch in den Talkshows wird ganz, ganz viel über sie gesprochen. Jetzt gerade bei diesem Reichsbürger-Geschichte. Da wurde dann, wurden die Reichsbürger in die Nähe der AfD gebracht, weil, ja, es sollen vier Reichsbürger irgendwann mal Mitglied gewesen sein der AfD. Mich hat gewundert, dass Sie da nicht gesessen haben oder Herr Böhringer oder Herr Kupalla. Wie viele Einladungen kriegen Sie so zu den Talkshows? Passt keine. Wir werden nicht eingeladen. Okay. Es ist, es ist so, wie es ist und das ist natürlich ein ganz klarer Verstoß der Öffentlich-Rechtlichen, was die ausgewogene Berichterstattung anbelangt. Aber was wollen Sie erwarten, wenn alle nur grün-links sind und dementsprechend ist das eben so, dass Millionen von Wählern vom Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk nicht repräsentiert werden, indem man eben auch die AfD zu Wort kommen lässt. Das Phänomen ist für mich persönlich nicht neu. Ich war in der letzten Legislatur, war ich Oppositionsführerin und da habe ich auch fast keine Einladung bekommen. Auch das ist hinterfragenswert, aber die Leute kriegen es mit und man kann uns wirklich noch und nöcher durch den Kakao ziehen. Jetzt auch da, Sie haben es eben angesprochen mit dieser Reichsbürgerkiste, das wird ganz groß aufgeblasen. Und die AfD, man merkt das ja, die Leute sind ja verzweifelt. Ich meine, man versucht krampfhaft, die AfD da irgendwie zu kriminalisieren und in die Nähe zu drücken. Ich meine, wie lächerlich ist sowas? Aber es nützt letztendlich nichts mehr. Ich glaube, dass die Leute da draußen das nicht mehr kaufen. Sie steigen dahinter. Wir haben das gesehen, trotz dieser ganzen Medienkampagne auch gegen uns, also maßgeblich gegen die AfD, sind wir wieder um einen Prozentpunkt gestiegen in den Umfragen. Also das wird uns nicht mehr aufhalten. Jetzt hat ein Leser in den Kommentaren bei uns geschrieben, er hat also diese Reichsbürger-Razzia, das fand ich ganz, wie soll ich sagen, witzig, mit einer Drogen-Razzia verglichen. Man stelle sich vor, 3000 Polizisten hätten in ganz Deutschland 150 Wohnungen durchsucht und dann würde bekannt gegeben, man hat fünf Joints gefunden, ganz viele Bierkisten, Schnaps und Zigaretten. Das ist ja schon verrückt. Ist gut, ne? Das finde ich gut, ja. Und das hat mich so, also da musste ich so drüber lachen, als ich das gehört habe, dass die wirklich tatsächlich die Schubser hatten, zu sagen, ja, es wurden Gaspistolen gefunden. Ich gebe es zu, wenn jemand beruflicherweise hier zuschaut, ich habe eine. Ich habe sogar einen kleinen Waffenschein. Ja, schon viele Jahre lang habe ich mir irgendwann mal geholt, aus Spaß. Ja, also man kann doch nicht Sachen, die legal sind, dann so in eine Ecke schieben, als wäre das jetzt irgendwas Böses. Das ist doch verrückt. Wie kommt sowas? Und warum machen da alle mit, die da sitzen? Die sind doch nicht alle doof in der Regierung. Nein, aber also erst mal, ich finde das Beispiel, also den Vergleich, recht lustig, muss ich mir merken. Sie sehen das natürlich auch, ich habe mir das jetzt mal zeigen lassen in der Berichterstattung, immer reißt Bürger dann irgendwelche Regale so mit Schießgewehren drin. Also die Regale waren weder in den USA oder zwei Langwaffen aus dem Jahr 2017. Also so wird Politik und Stimmung gemacht mit Bildern, die überhaupt nicht zutreffend sind. Hätten die Ermittler etwas gefunden, dann hätten sie natürlich kistenweise diese Waffenarsenale da aufgetürmt. Aber offensichtlich hatten sie das nicht. Naja, gut, also wir lassen das mal so hingestellt. Da muss man eben auch sagen, also da muss man die Ermittlungen abwarten, was da hinten letztendlich rauskommt. Aber ja, es mutet schon alles recht, recht komisch an. Vor allen Dingen auch in Anbetracht dessen, dass wir tausende von Islamisten, von gewaltbereiten Islamisten bereits bei uns im Land haben. Eine explodierende Kriminalitätsrate. Sie haben es ja gerade angesprochen. Man sieht das ja eben auch nach diesem schrecklichen Mord in Illerkirchberg, wo ein 14-jähriges Mädchen auf dem Schulweg ermordet wird, kaltblütig mit einem Messer und ein anderes schwer verletzt wird, was Glück hatte, nur schwer verletzt zu sein und nicht auch zu sterben. Und es sind solche schrecklichen Dinge, die durch die Ausländerkriminalität auf unseren Straßen passiert. Und es passiert danach nichts. Das ist ja gerade das Schlimme. Wir hatten ja auch das Beispiel von Illerkirchberg mit dieser Gruppenvergewaltigung. Just dann auch ein paar Tage später kommt ein afghanischer Vergewaltiger frei und Nancy Faeser weigert sich, diesen Menschen, der auf freien Fuß gesetzt wurde, nach einer minimalen Strafe, nachdem das Leben eines Mädchens zerstört wurde, den nach Afghanistan abzuschieben. Da müssen wir, glaube ich, gar keine Fragen mal stellen. Also ich glaube, ich würde mal vermuten, würden diese Taten, wären die von angeblich Rechtsextremen begangen worden, dann würde man in Deutschland über die Todesstrafe diskutieren. Ja, natürlich. Und 14 Tage, ja, das meine ich, 14 Tage würden sie das in den Medien rauf und runter haben. 14 Tage. Oder dieser schreckliche Mord an den beiden Malern, glaube ich, ist das ja gewesen. Oder wo in Somalia morgens hingegangen ist und hat die einfach, das muss man so sagen, kaltblütig erstochen bei der Arbeit. Und da passiert nichts. Da verlangt man von uns, dass wir das hinnehmen. Ich war ja früher vor dieser riesen illegalen Asylwelle, war ich ja teilweise schockiert, was in Israel vor sich geht, wie die Israelis beispielsweise auch auf den Bombenterror und auch auf die Attentate reagieren. Und zwar, dass man einfach weitermacht. Ich konnte mir das damals überhaupt nicht vorstellen, wie sowas gehen soll. Dass man immer, wie soll ich sagen, Gefahr läuft, am falschen Ort zur falschen Zeit zu sein. Und jetzt, zehn Jahre später, haben wir genau die gleichen Verhältnisse. Ich finde das schlimm, wie ein Staat, wie ein Rechtsstaat, sich so gehen lassen und sich auch so aufgeben kann. Dafür zahlen wir Steuern. Ja. Ich würde Ihnen jetzt gerne noch zwei persönliche Fragen stellen. Und zwar, ich stelle mir mal vor, ich habe mir vor diesem Gespräch vorgestellt, im Bundestag gibt es ja auch Aufzüge in den verschiedenen Gebäuden. Wie geht man da mit Ihnen um? Also ich stelle mir gerade vor, Sie fahren Aufzug, die Tür geht auf und dann kommt Nancy Faeser rein. Sagt die dann was zu Ihnen? Sprechen Sie mit der? Haben Sie schon mal mit Sarah Wagenknecht persönlich gesprochen? Also grundsätzlich ist es so, dass man mich nicht grüßt. Ich werde nicht gegrüßt. Es ist für mich auch eine gewöhnungsbedürftig gewesen, dass es nicht üblich ist, dass man sich gegenseitig grüßt. Ich kenne das nicht. Wenn ich auch früher in meinem Beruf in die Firma gekommen bin, ist es doch völlig klar, dass man sich grüßt. Das ist hier nicht so im Deutschen Bundestag. Sehr befremdlich. Befremdet mich im Übrigen immer noch. Frau Wagenknecht habe ich das ein oder andere Mal getroffen, hinter den Kulissen mal gegrüßt und kurz ausgetauscht. Aber mehr ist da eben auch nicht. Ich verstehe nicht, warum die Leute insgesamt so unlocker sind, so unentspannt. Verstehe ich nicht, warum man sich nicht einfach normal austauschen kann. Wobei ich Sarah Wagenknecht auch schon sehr lange persönlich kenne und ich sie als immer sehr, sehr angenehmen Menschen wahrgenommen habe. Vor allen Dingen, wenn die Kamera aussieht. Da ist sie bestimmt auch. Ja, genau. Aber ich kenne sie eben nicht. Ja, eigentlich schade. Weil was ich mitbekommen habe, sind die Positionen, die Sarah Wagenknecht hat. Und ihre ja in vielen Punkten deckungsgleich. Sehen Sie das auch so? Ja, jetzt gerade was den Russlandkrieg anbelangt, wie wir damit umgehen sollten, und zwar auf einen Frieden hinzuwirken. Aber in anderen Punkten geht das diametral gegeneinander. Sarah Wagenknecht ist eine zutiefst links kommunistische Politikerin und ich bin eine liberal-konservative Politikerin, die die Freiheit hochhält. Und das schließt sich einander aus. Ich komme zu meiner letzten Frage. Und zwar kann ich mich gut an ein Gespräch erinnern, das fand 2014 statt, mit Hans-Olaf Henkel in Berlin. Er hatte damals für die AfD kandidiert. Und in diesem Interview hat er mir berichtet, wie schwer es ihn trifft, plötzlich als Rechter bezeichnet zu werden. Also er ist ja wirklich ein gestandener Unternehmer, ein sehr, sehr feiner Mensch. Und er war wirklich den Tränen nahe, dass man so mit ihm umgeht. Und mit ihm wird ja nun gerade auch nicht zimperlich umgegangen. Wie gehen Sie persönlich als Mensch damit um? Also wenn Sie abends nach Hause kommen und sich hinsetzen, belastet das Sie? Wie gehen Sie mit diesen ganzen Anfeindungen um? Also ich glaube, zunächst einmal gibt es einen himmelweiten Unterschied zwischen mir und Hans-Olaf Henkel. Ich muss Ihnen sagen, ich war sehr froh damals, dass Herr Henkel für diese Partei gewonnen wurde. Dann hatten wir ihn ins Europaparlament gebracht. Ich habe für den Mann Plakate aufgehängt. Im Frühostern 2014 ist das gewesen. Ich selbst habe Plakate aufgehängt mit Kabelbindern in der Kälte, im Regen. Und dann tritt dieser Mann aus der Partei aus und beschmutzt sie noch und nöcher, weil er nicht mehr mehrheitsfähig war. Das ist für mich eine ganz, ganz große Enttäuschung gewesen, eine persönliche Enttäuschung, weil ich habe auch früher seine Bücher gelesen, habe ihn bewundert als IBM-Manager. Aber so verhält sich niemand gegenüber den Mitgliedern einer Partei, die sowieso schon gebeutelt ist. Und das beschädigt ja auch die vielen Ehrenamtlichen, die wir haben. Also das ist natürlich eine ganz, ganz traurige Geschichte mit dem Mann gewesen. Und ich bin froh, wenn Sie so ein Mindset haben, so charakterlich aufgestellt sind, dass Sie die Partei und den Apparaten, die vielen Ehrenamtlichen, die Sie in diese Position überhaupt reingebracht haben, nachher noch beschimpfen, beflecken und beschmutzen, dann haben Sie auch in dieser Partei nichts zu suchen. Und ich bin froh, dass wir diese Leute losgeworden sind. Ich mache das schon ein paar Jährchen länger. Ich glaube, das fing an in diesem ziemlich heftigen Wahlkampf 2017, als wir das erste Mal dann so richtig angetreten sind. Das war eine ganz große Umstellung für mich. Jetzt mache ich das ja auch schon in der Öffentlichkeit, dann fast sechs Jahre, glaube ich, sind es dann. Und ja, also Sie müssen dann schon verschiedene Mechanismen der Resilienz aufbauen, um diesen Job zu machen. Das kann in der Tat nicht jeder. Gut, Frau Dr. Weidel, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für Ihre Zeit. Ich denke, Sie haben jetzt Urlaub. Es geht in die Weihnachtspause. Ist das so? Ich habe keinen Urlaub. Nein, kein Urlaub. Okay, ich hatte es so im Vorfeld. Ich habe keinen Urlaub, nein. Nein, Weihnachten ein bisschen, aber ich habe eigentlich nie Urlaub, nein. Ich hatte es so verstanden im Vorfeld. Dann habe ich mich geirrt. Ich wünsche Ihnen eine schöne Weihnachtszeit, schöne Weihnachten, guten Rutsch, alles Gute für das neue Jahr. Das wünsche ich Ihnen auch. Frohe Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und natürlich wünsche ich das allen unseren Zuschauern. Vielen herzlichen Dank, dass Sie mich eingeladen haben. Liebe Zuschauer, Sie können uns unterstützen. Bitte teilen Sie unsere Videos auch, wo es geht. Und abonnieren Sie unsere anderen Kanäle auf Telegram, Rumble, Odyssey, Twitter und Spotify. Ich danke Ihnen ganz herzlich.